Nachdenkseiten Die kritische Website Ein deutsch-russisches Konzert für den Frieden in Izmir der Türkei Ein Beitrag von Leo Ensel Es gibt sie noch, die letzten ihrer Art. Deutsch-russische Initiativen, die sich in der aktuellen Situation den neuen Feindbildern nicht nur verweigern, sondern genau antizyklisch handeln. Die Jugendinitiative Musiker Pradyamira Musik für den Frieden wird im Spätherbst im türkischen Izmir ein neues Projekt verwirklichen. Denn manche Menschen können es einfach nicht lassen, erst recht nicht zu Zeiten, in denen ihnen der Wind mit voller Wucht ins Gesicht bläst, weil nahezu überall vehement das genaue Gegenteil gefordert wird. Make love, not war Gemeint ist etwas, was man früher ein wenig old-fashioned angestaubt als Engagement für den Frieden und Völkerverständigung bezeichnet hätte. Man kann das Ganze aber auch mit einem drastischeren Motto aus ebenfalls lange vergangenen, wilderen Zeiten auf den Punkt bringen, das heute in dieser schrecklichen Gegenwart mit seiner nonchalanten Frechheit wieder äußerst hilfreich sein könnte. Make love, not war. Die Rede ist vom deutsch-russischen Jugendprojekt Musik für den Frieden Musiker Pradyamir, zu dem sich das deutsche Ensemble Mir, Mir heißt Frieden, aus Südbaden und das Jugendtheater Premier aus dem russischen Tver vor sechs Jahren zusammengeschlossen haben. In beiden Ländern sind sie längst keine Unbekannten mehr. Bereits im Herbst 2019 konzertiert sie gemeinsam und live in Russland, in Tver und Moskau und in Deutschland, in Rheinfelden, Basel, Badenweiler und Freiburg. Russische und deutsche Medien berichteten begeistert. Auch während der Corona-Zeit ließ man sich von gemeinsamen Projekten nicht abbringen. Drei Musikvideos, unter anderem der Titel Heal the World, wurden online über die Grenzen hinweg produziert und auf einem eigenen, im Schrifttext verlinkten YouTube-Kanal veröffentlicht. Und vor zwei Jahren, am 11. September 2022, wurde die Initiative in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche der Göttinger Friedenspreis verliehen. Dass Musik für den Frieden, Musica para mira, jetzt erst recht, gerade zu Kriegszeiten, weitermacht, versteht sich von selbst. Und wenn man aufgrund der westlicherseits extrem eingeschränkten Reisemöglichkeiten weder in Russland noch in Deutschland gemeinsame Projekte auf die Beine stellen kann, dann trifft man sich eben in der Türkei. So geschehen vergangenes Jahr, als sich im Herbst zwölf Deutsche und 15 Russen für zehn Tage in Izmir trafen, um dort zusammen eine zarte westöstliche Liebesromanze, den Musikfilm Romeo und Julia Frieden ist möglich zu realisieren. Ein Film, der mit seiner subversiven Kraft der Liebe sowohl in Deutschland als auch in Russland für Aufmerksamkeit sorgte. Ein deutsch-russisches Friedenskonzert in der Türkei. So auch wieder dieses Jahr. Und wieder in Izmir. Vom 26. Oktober bis zum 3. November. Diesmal allerdings werden rund 60 musikbegeisterte Teilnehmer erwartet, die auf einem kommunalen Campingplatz direkt am Meer wohnen und in dieser intensive Begegnungen ermöglichenden Naturnahmenumgebung als Sänger und Chor ein Konzertprogramm mit eigenen Songs erarbeiten werden. Zu einigen Songs wird es auch Choreografien geben. Eine kleine von Schauspielern gespielte Rahmenhandlung, so ist es geplant, umrahmt das Konzert. Begleitet werden die jungen Sängerinnen, Tänzer und Schauspielerinnen von einer professionellen Band und einem kleinen Orchester aus Izmir. Mit dabei sind diesmal auch in der Türkei lebende Flüchtlinge aus anderen Ländern. Die Songmaterialien, also Audiostimmen und Notentext, werden den Teilnehmern zuvor online bereitgestellt, sodass das Programm zu Hause schon geübt werden kann. Ebenso wird es Tanzvideos zur Vorbereitung geben. Ein Teil des Konzertprogrammes wird aber auch spontan durch eigene Beiträge der Teilnehmer während des Camps entstehen können. Das Abschlusskonzert wird in einem großen und repräsentativen Konzertsaal in Izmir stattfinden. Unterstützt und getragen wird das Projekt in der Türkei von 13 Rotary Clubs aus Izmir und dem dortigen Rotarischen Distrikt. Diese wollen auch dafür sorgen, dass die tausend Plätze des Konzertsaales ausverkauft sind. Mit dem Einnahmeüberschuss wird das von Rotary International neu gegründete Friedenszentrum an der Bahter Shehel University in Istanbul gefördert. Das Konzert wird professionell aufgenommen und gefilmt. Es soll online veröffentlicht werden. Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit In einer Zeit, in der die NATO nach Land, Wasser, Luft, Weltraum und dem Internet nun offiziell einen sechsten Kriegsschauplatz, den Kampf um die Köpfe, Cognitive Warfare, eröffnet hat, der mit modernsten Mitteln psychologischer Beeinflussung die Köpfe der Menschen so infiltriert und manipuliert werden sollen, dass sie die zu Feinden erklärten Menschen anderer Länder willig attackieren und töten, setzt Musik für den Frieden, Musiker Paramirak, auf das genaue Gegenteil. Den zerstörerischen Gedankengängen der Herrschenden auf allen Seiten wird eine friedfertige Vision entgegengesetzt und eingeübt. Die Projektarbeit durch gemeinsames künstlerisches Tun, das alltägliche friedliche Zusammenleben und die direkten Begegnungen von Mensch zu Mensch fördern und verfestigen bei den jugendlichen Teilnehmern unerschütterliche Freundbilder statt medialer Feindbilder, emotionale Friedenssehnsucht statt kognitiver Kriegsführung, Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit, kurz Liebe statt Hass. Dabei spielen die gemeinsamen Mahlzeiten in der Gruppe, die Probezeiten und Freizeiten wie Sportschwimmen im Meer etc. eine wichtige Rolle. Gruppengespräche und Einzelgespräche über die eigenen Motivationen, sich für den Frieden zu engagieren, stärken den Zusammenhalt der Gruppe. Dieses friedliche Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Nationen strahlt aus in die Welt und kann im optimalen Fall zu einem Best-Practice-Beispiel werden. Wenn diese jungen Menschen später Repräsentanten ihrer Länder sind und Verantwortung tragen, ist mit dieser Erfahrung die Basis für ein friedlicheres Miteinander zwischen den Nationen gelegt. Geplant ist zudem ein 45-minütiger Dokumentarfilm für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, der das gesamte Projekt von den Planungsanfängen bis zum abschließenden Konzert in Izmir dokumentiert. Auf diese Weise soll die Botschaft des Friedensmusikkampes auch in breiterer Öffentlichkeit in Deutschland erreichen. Man darf also gespannt sein. Die Organisatoren haben ein Gesamtbudget von 60.000 Euro einkalkuliert. Wer in dieser spannungsgeladenen Zeit ebenfalls kontrazyklisch handeln und auch etwas bewirken will, ist eingeladen, sich hier zu beteiligen. In Form von Spenden Kontoinhaber Musik für den Frieden e.V. Emil-Bietzer-Straße 92 7 9 3 7 9 Mülheim im Marc-Gräfer-Land in der Sparkasse Marc-Gräfer-Land Alle Kontodaten finden Sie an dieser Stelle im Schrifttext verlinkt oder auf der Homepage des Vereines www.musik-für-den-frieden.de Der Verein ist übrigens gemeinnützig und berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge übernommen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.